hey du zu nudins und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde galactic science mit dem lieben sie die play zu dem die zu dem play genau und irgendwann fliegen wir wieder zur erde die können wir gar nicht so oder deine mission straße bauen schöne nicht mehr straße bauen straße fertig was werde ich ja ich habe mir gerade netterweise wieder überlegt wie ich das tor da bauen soll kann tuten tun irgendwas tun ja das muss ich ja noch anbauen sondern anbau irgendwie halt genau ja und das muss ich das mache ich jetzt aber mir leckt auch ich glaube das muss eine doppelte tür oder so sein hey keine ahnung ich mache mir mal die erschwert und mit ihr ax und dann wieso fliegt hier wieder alles genau er lockt controller ist das er lockt frames wenn erwägt in the portal like for me all the block replaced with a controller will function as working lockt ok 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 machen wir mal gescheit aufbauen machen wir mal wir haben genug glas für den scheiß und ja übelst viel glas diga da muss ich denke ich dass so ein wenig umbauen noch mal aber eh nur zu so einem eck eigentlich direkt durch wirklich truppen truppen singe block mein handy am vibrieren immer so ja wissen wahnsinn mit ich sagste katastrophen zeit 3 2 3 1 2 3 4 jetzt muss ich alles wieder einbauen weil ich voll verkackt habe ich dahin ohne mit dann die mache ich halt so guckt mich nicht juckt mich nicht guckt mich nicht und heute wieder so eine baufolge also wir haben noch immer kann ich sehe eine themenschlechte vorbereitet wir sind nicht schlecht vorbereitet unsere zuschauer sind schlechte hat gegen noch ich habe kein oxygen so gut also gut nein doch und so was schlecht oxygen oxygen ich brauche oxygen 3 4 5 6 4 5 6 nee jetzt nicht today not das ist das ist mein workbench hey man what's wrong with you hab ich jetzt hier alles ich muss rein das so now i shizzle this glass shizzle those shizzle now i place it into the frame nice nice and now i'm ready okay so so ähm hab ich kein zum dir ich habe einfach so zwei du scheiß aimbot skeleton in die ecke mit alter ich komme gar nicht mehr zu dir hin wieso kann ich das nicht blazen wieso kann ich das nicht blazen oh das ist ein anderes fuck doch nicht what the fuck was ist denn los du Hure einfach du Hure einfach du Hure einfach du Hure ich reg mich auf und ja ich habe was gegen Huren das ist kein perfekter Job für eine Frau das galt sicher ist das Job bist du behindert ja schon aber war kein guter Job no also euer Traumberuf sollte nicht Hure sein also eine Frau sagt du 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 Drecks Zombie ich schwör's dir ich fick deine Mutter in den Arnus das wollte ich hören genau das hört dich an was war das jetzt ja lauf du nur weg so ich muss jetzt hier unten alles einsammeln gibt's das dass man Zombies irgendwie verscheucht ey keine Ahnung eigentlich nicht soweit ich weiss Aluminium ist das falsche Richtung da geht's lang hier dass der Dreck gehört nicht hier hin Dias sind hier Lock Lock Better Barrel Broken Chopper ist nicht hier Gold auch nicht hier sagst du jetzt gerade nur klicken bei mir so ähnlich alle Zombies weg das Ding muss ich hier hin das Ding muss ich hier hin ist nicht wirklich gescheit gemacht wie ich das jetzt aufgebaut habe aber aber ja ah das ist Broken Leather ooooh cd place airlock controller opens und wird stone ok alter mann ist das schissen schissen was ist horizontal äh was 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 ist horizontal von oben nach unten ok regen open und wird stone signal airlock controller egal ähm fuck ich muss jetzt schnell schwarz bild machen ist das gut oder schlecht mach was du willst ok fuck ich hab so viel Gravel verschwendet das mach ich mal wenn du meinst jo wo ist meine Spitzhacke ja so so ich mach schnell Black Screen tut mir leid ihr kleinen Lieblinge von mir von Hela Broken Silver Broken Silver Broken Silver wo ist das promise so Broken Tin Aluminium Iron URTP Auslastung youtube um Galactic Science Air Lock WTF rollo so how to build an airlock controller ok ok what's up guys vgm here and we are playing Glockcop and we are in ah du scheißding ok oh fuck ist es nicht das gleiche broken tin ah das gehört hier hin so was oh fuck das höre ich nicht so gerne ich denke das ist ein wenig behindert wegen män 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 teuer ne ja vielleicht so da mache ich wieder F11 tut mir leid schwarzbild kurz und da mache ich wieder nicht mehr F11 denn ich muss das minimieren F11 wohl ne ich habe keine Kontrolle ob es jetzt nicht schwarzbild ist ja es geht kannst du es nicht anschauen oder jetzt aber da braucht es halt mehr Ressourcen wenn ich wieder eine Vorschau habe in der so jetzt gehts Singleblock so Airlock Controller wo ist es die ah meine Nase Airlock Controller Airlock Controller Confessed Metric irgendwas und Basic Warfare ok das geht ja ein wenig nicht wir haben 1000 Eisen das geht doch und in Kürze wieder also ich muss man unbedingt mein Inventual leeren oh mein Gott alles ist vollgemüllt bei mir ja wie tun wir das ah ich weiß schon wieder hast du noch warm meteorik iron irgendwas zeugs nein das müsstest du wieder aber wir haben glaubt übelst viele meteoriten wir haben so platten noch haben wir noch aber nimm die nimm die nimm die darf ich dich nehmen ja ja und so stark und fast iron das kann ich alles wegwerfen noch das brauche ich noch ein bisschen essen nämlich noch Cold Generator wo genau also gut ich mache jetzt irgendwo eine kiste in der doppelkiste und werf mal all mein zeug rein was ich da nicht gerade brauche und gehe mal alle kisten und alles leeren und danach wie ich gar nix geben wir gar nichts genau erlog erlog freem wir haben übrigens unten dias und oben dias und wir haben jetzt auch 130 jahre und 2000 kohle dort noch ein bisschen dort noch ein bisschen dort noch ein bisschen ich schaue noch mal im internet das schon für meteoriten brauchst du ich habe jetzt gerade nur 29 29 kleine meteoriten wieso geht das jetzt nicht um muss ich das auch wieder holen oh fuck what shit happens what's going on ich brauche einen airlock frame glaube ich was ist das eine scheiße oh fuck viel zinn kann man das auch weg damit weg damit weg damit weg damit was anderes gibt es nicht ich brauche das airlock frame airlock frame oh fuck aluminium brauche ich stahl brauche ich Stahl Stahl da hatten wir haben genügend Eisen so geht das nicht so hoch ist Aluminium brauche ich noch haben wir Aluminium irgendwo äh ja hinten wie viel brauchst du und unten hat es auch schon hier ich nehme es langsam in der doppelkiste unten dort ist die zweite hammer kannst du ja nehmen okay ich komme kannst du mir auch einen bringen so um doppelkiste unten weißt du wo ich brauche keinen dir haben wir das kannst du gleich so schmelzen nein doch das müssen wir jetzt erst so zusammenhauen ne einfach zusammenquarten gleich einmal ja und danach müssen wir es schlagen geht auch so oh ne scheisse ja also gut komm das ist ne unnete gearbeitet wieso machen wir denn das die ganze Zeit ich machs nicht ich machs nicht also schauen wir mal vier Öfen gut er fasst Watzen gehts ja sag ich doch hab ich doch gewusst Minium sag jetzt mal das nimmt mich jetzt runter aber genau durchs Schlagen bekommt man mehr ne weniger sogar ich hab mal weniger bekommen ja ja oh dann kann ich ja das alles ausnehmen und was ich mache mal relativ viele Sachen drei Gold haben wir schon wieder oh nein das will mich doch verarschen warum muss ich so viel machen guck was ist Aluminium was ist denn das für ein Huhnsohn ja ist das so ja scheiße Digga weißt du was ich nehm da mal ein bisschen von dem Gravel raus haben wir 10 ja warte schnell ich komme ich komme ich komme oben haben wir viel 10 gell ja sollte es haben so Büchsen in der Art halt so genau im Synthesizer hat es noch relativ viel Sinn okay 10 hast du sie sehen ja gut dann mach ich mal alle Ors zu check check so geht das nicht immer man Digga hier ach jetzt wie geht na oh gut ich tu mal alles schmelzen und so weiter ist gut okay so wie der Junge mir das gesagt hat kannst du machen mach ich sowieso Minium das ist ja voll scheiße wegen ist so einfach weil es ist so ist so wir haben übelst viel Aluminium hier habe ich auch noch Aluminium perfekt Orchopper auch ganz viele Aluminium Platten mal hier oben Gold haben wir auch das sind neue Kompostil hier das hier wie macht man die ganze Scheiße hier okay genau es ist am Brennen gerade fuck das geht ja noch übelst lange gut wir brauchen mehr Öfen das ist möglich aber nicht unmöglich ja möglich keine Ahnung frag mich nicht ich bin nur wenig durch den Wind ein warmes Löffchen sagt euch doch weißt du lange wie nehmen wir ich wieder auf ja ne Stunde nein 18 Minuten wieder das geht viel zu schnell keine Ahnung warum aber übelst viel zu schnell das ist ne Hura du hast es erfasst also gut ich komm zu dir schnell machen wir danach noch eine dann können wir das noch fertig braten alles genau Metauric das ist auch bald fertig soll ich noch mehr Öfen bauen oder doch also ich komm schnell zu dir weil bis das fertig gebraten hat das noch 2-3 Minuten Schulz na 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 so und schon wieder sind 15 Minuten nun eine ganze Folge vorbei viel zu schnell ja viel zu schnell wir haben fast nichts geschafft ausser ein bisschen zusammen craften genau dies und das und ansonsten ich hoffe euch hat die Folge wieder einmal gefallen schreibt was wir noch besser bauen oder aus verbessern können und so weiter du weisst was ich meine und ansonsten hast du noch etwas zu sagen? ne gut dann würde ich mal sagen Tschödelü ciao Peace Out Nigger Out Out 예 out we